so wie nein FFF Halli kommt der Let's Play wenn er will in our games an Bordel 2 dem Teil ohne ohne es sein zu ich bin die Johann Johannisbrot die sind jetzt beim Kapitel die Überraschung ist wird überraschend warum sagt ihm nichts Brücke das so zu beobachten Fiki Ficke Ficke Überraschung Überraschung in 3, 2, 1. Ein Raum. Ich habe gelogen. Überraschung. Ach komm, falls es dich glücklicher macht. Sie haben dich als Baby verstoßen, also glaube ich kaum, dass sie dich sehen wollen würden. Das war eine schöne Überraschung. Das war die beste Überraschung, die ich je gehabt habe. Ein Fenster. Ein Fenster. Aua! Was ich verarschen? Entschuldigung, Johannes Wood schreit manchmal einfach so rum, obwohl gar nichts ist. Verdammte Ficke. Kann ich hier überhaupt raus und hier irgendwo hinschießt? Sieht irgendwie nicht so aus, ne? Ach so, die Brücke. Das ist voll gemein. Warum? Du kannst die Brücke ja auch als Schutz nutzen. Ja, ich muss aber erstmal überlegen, wie ich das mache. Du kannst auch einfach hinlaufen. Ne. Wie einfach hinlaufen? Als Schutz. Was? Ich dachte, das ist ja ein Fenster. Ich dachte, das ist ja ein Fenster. Gut, was sind das? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Den da. Wenn man da sieht. Das ist ja... Automatisch. Ja, aber hier ist ja auch kein... Ach da. Latsch ich da mal kurz hin. Oh man, das ist ja viel zu viel auf einmal. Da ist so ein Kasten, da ist so eine Brücke, hier ist so ein Laser, da ist so ein Gegner. Kann man die nicht erstmal töten? Ne, der ist ja eingesperrt. Ne, der ist ja gesperrt. Ne, der ist ja gesperrt. Ne, der ist ja gesperrt. Ne, ich darf nicht. Ne, also erstmal mache ich jetzt hier... Ja. Geht ja gar nicht. Also, den muss ich umlenken mit dem Kasten. Ich weiß wenigstens, was soll das erstes brauchen. Ne, nur, wie kriege ich den? Das ist natürlich die... Gehen wir mal ein bisschen näher hier hin. Oh, ja. Da hier die Klacht von, die würde ich auch mal laufen, kriegt man davon da Klacht, die man nicht sehen könnte. Ich weiß zur Zeit nämlich nicht mal mit der Lösung von dem im Raum da rum. Dahinter bestimmt. Aua, 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 aua. Ich bin tot. Da ist kein Hintern, da ist kein Hintern. Ah, ah, Johannesburg. Ähm, wer? Alter. Eigentlich hätten wir das jetzt viel schneller gelöst. Es ist nur, wie sie etwas eingerostet über die Jahre, die wir jetzt gewartet haben. Wir sind jetzt beide 75 geworden. Ach, halt mal die Fröse, wie kriege ich jetzt den... Ach so. Die Kesseln da runter, Mensch. Ähm... Da oben rechts könntest du ne Wand hinmachen. Ach, da ist auch noch sowas. Wo kann ich ne Wand hinmachen? Wie ne Wand hinmachen. Da könntest du ein Portal hinmachen, damit du... Ach, da. Genau. Na ja, Wand. Suche. Suche. Nicht finden. Ah, das ist ja einfacher. Das denken sie. Denn jetzt passiert das. Das muss ich doch. Also muss ich da wahrscheinlich diese Brücke hinmachen. Ja. Aber das ist schwer. Ja. Einfacher als wie man denkt. Das ist nämlich vollkommen unlogisch. Weil da ist ja nix. Das ist hier ja nur auf dem Boden was weißes. Weit und breit. Verstehen sie? Mhm. Ach, Johannesburg. Warum sind da überhaupt zwei? Muss auch irgendeinen Sinn haben. Hä? Nö. Das nur damit die sich in der Mitte treffen. Achso. Also ja, eigentlich muss da ne Wand hin. Aber das geht nicht. Damit sie gegen die Wand knallen. Da ist ja auch noch irgendwas Weißes. Da macht man das. Echt? Ist das was Weißes? Oder ist das ein Fenster? Einfach mal gucken. Ne, das ist ein Fenster. Ja, das ist aber unlogisch. Ach, ich mach die einfach hier aufm Boden. Deswegen kommt die da auch so hoch. Ey, mach mal. Ich glaub schon, dass das man das so macht. Dass man das jetzt macht. Ich will das aber nicht. Mach das von hier. Sonst musst du dann wieder ganz... Ja, aber das geht ja nicht. Anders geht's aber nicht. Du musst das von hier. Da oben musst du nicht da sind. Wow. Ja, das Bruder hat mich angesteckt. Das möchte ich kurz sagen. Womit denn? Mit... Brotigkeit? Und? So, jetzt liegt dahinten eine Kiste. Haha. Sogar zwei. Jetzt zoome, äh, bash ich mich dahinten, damit ich nicht von den Wingen abgeschossen werde. Bash. Sie bashen sich. Steht das im Doogen? Ja. Sogar zwei, Hoffel. Das hab ich schon gesagt. Sieht dummer, Hoffel. Ich weiß, die hab ich nur noch mal gefreut. Oh, zwei! Äh, ok, damit lenke ich das oben jetzt schon. Ah, lass mich in Ruhe. Ahh, ich würd mit dem laser Strahl auch erstmal den jetzt einfach irgendwie da links hin lenken. Und damit würd ich jetzt dann... den nächsten Kasten holen. Und damit würde ich dann erstmal die scheiß Selbstschlossanlage typen. Jaaa! Du sagst auch noch so, mhm, mhm, ja, mhm, egal was du sagst, interessiert mich mich. Ja, genau, richtig. Aber das wird ganz, äh! Das wird ganz schwer, den zu holen, weil der mich da ganz schön abschießen tut. Stimmt, letztes Mal sind sie da gestorben. Vielleicht kann ich den mit mir hairporteln. Hairporteln? Ja, natürlich, einfach auf dem Boden machen. Oder so, genau. Haha! Wow! Wer tötet? Der hätte jetzt so'n Zaubertrick so... Äh, ja. Ich würd' den erst einmal noch mal hingehen wollen. Aua! Ist er tot? Nein. Ich kann ihn das nicht. Ich hab Angst davor. Guck mal, das geht nicht, der tötet mich! Jetzt hast du es getötet. So, und jetzt mach ich das. Ja, ey, das ist aber falsch so. Achso, ich muss wieder zwei auf einmal treffen und dann... Aber nee, es geht ja nicht mehr. Du musst ne Wand, du brauchst beide Kisten. Okay. Also musst du da sozusagen... Das sind ja sogar vier. Ja genau, du musst jetzt, jetzt weiß ich es wieder, aber das sag ich dir nicht. Aber ich bin viel zu dumm dafür. Was machen? Also irgendwo muss ne Wand hin, ne? Ja. Mach einfach mal. Die Wand brauchst du nicht. Wände kannst du... Arsch... Warum? Die ich brauchst. Die sind nötzlos. Was sind denn sonst für Wände? Was gibt denn nur die? Was für Wände, ey? Du sagst doch hier die ganze Zeit, ich brauch ne Wand. Hä? Ja, du musst ne Straufe, ne Wand und ne Portal. Achso, und ich benutze diese Wand. Ne normale Hauswand. Es gibt ja keine normalen Hauswände. Ach, Gott. Ach, ja. Was ist denn hier passiert? Und ich soll ne Wand benutzen. Nein. Doch nicht? Immer noch nicht. Nein, aber ich dachte so ne Wand und nicht die Wand. Also so ne normale Wand. Irgendwas mit ner Wand hast du gesagt. Ja, eine Hauswand. Ja, das ist doch ne Hauswand. Ja, aber die ist schwarz. Achso, eine weiße Wand. Okay. Du sollst den Laserstrahl in eine weiße Wand. Ja, in ein Portal. Sozusagen. Genau. Okay. Es ist ja eigentlich egal was für eine, oder? Ach du leute. Nein, du musst. Irgendwas ist da falsch. Wollte ich nur mal so aus Spaß machen. Ähm. Ich muss ja, ne das bringt doch gar nichts. Weil der ist ja gar nicht. Nur das, was weiß ist. Und das bringt mir nichts. Nein, du musst. Guck mal nach links. Ja, das da ist schon mal falsch. Ja, warum haben wir es dann gemacht? Lass mal los. Das macht den Strahl. Ja, sehr schön. Wen? Das macht den Geräusch. Hallo Geräusch. Okay, nimm den Stein da hin. Ja. Und dreh den gegen die Wand. Ja, ja. Das ist ja auch schon mal gut. Ne, ich glaub du musst den hinter dir nehmen, weil sonst so schräg und schräg ist scheiße. Oder vielleicht ist schräg hast du. Was muss ich denn? Ich weiß es nicht. Muss man ausprobieren. So. Und dann mach ich jetzt ein Portal rein. Oh, falscher Portal. So, und jetzt nimmst du das. Oh mein Gott, jetzt bin ich voll verwirrt. Das müsste das rechte sein. Ja. Jetzt trägst du dich um. Ja, jetzt muss ich gucken, wo das rauskommen soll, ne? Genau. Hm. Bestimmt da irgendwo. Aber wozu brauch ich denn den Block noch? Ja, dann musst du den hinterher noch mal spiegeln. Du musst jetzt mit dem Strahl zwei gleichzeitig. Ich schieße einfach mal so, um zu gucken, was passiert. Schade, hat nicht geklappt auszuweichen. Das ist nicht. Du musst den schräger machen, den Strahl da hinten. Damit ich diese beiden hier treffe, zum Beispiel. Ja, genau. Das wär glaub ich am besten. Hm, ich bin mir da nicht so sicher. Aber, naja. Das ist ja cool, weil jetzt kann ich hier den verändern. Genau. Und seh dadurch, was da passiert. Das würde zum Beispiel nicht funktionieren. Jetzt weiter nach rechts gehen. Was? Rechts gehen. Nicht zeigen, sondern gehen. Achso. Ich seh irgendwie gar nichts, ob ich das jetzt grad gedingst hab oder nicht. Ist das ein bisschen scheiße. Ja, das ist schlecht da. Du musst das Portal ändern. Das zweite. Mach mal so. Was will ich damit ändern? Mach mal einfach... Genau, mach mal... Mach mal da rechts hin. Nein, rechts nicht links. Haha. Auf der Außenwand. Also gehst du jetzt grad raus. Versuch's mal von da. Aber ganz links. Nee, ist so sch... Nee. Ja, Schwachsinn. Ich wollte hier so rechts schräg rüberkommen, ob das geht. Ja, hm. Nimm dir halt den Kasten... Nimm den Kasten in die Hand. Nimm dir den Kasten in die Hand. Das... Ach, genau. Jetzt machst du das blaue Portal. Da... Auch ganz nach rechts. Ja. Nach rechts, ja. Ja. So, und jetzt musst du da... So, und jetzt musst du da... So, und jetzt musst du da... Als würdest du durch die Wand durchstrahlen. Du musst jetzt weiter nach links gehen. Gehen. Dann hast du es von rechts. Haha. Ich kenne mich nicht so gut in links und rechts. Nee, das geht nicht. Könntest du es auch einfach direkt machen. So. Haha. Ja, und jetzt ändere ich irgendwie da mit dem anderen Block. Das geht doch. Das sieht... Das sind dann alle? Das sieht gehe ich aus. Jetzt machst du voll schöne Musik. Ja, das sind diese komischen Dinge. Sind das alle? Ja. Wegen der Überraschung. Wir sollten besser deine Eltern anrufen. Hä? Die Eltern, die sie anrufen möchten, lieben sie nicht. Legen sie auf. Ach, nimm mal diese Anrufe. Ich liebe sie nicht. Aber eindrucksvoll. Vielleicht waren sie Mitarbeiter der Telefongesellschaft. Ja. So, jetzt muss ich ja noch so eine Wand dahin machen, ne? Aber das Dumme ist ja... Ich darf nur das... Nee, du kannst die Portale jetzt ja benutzen, dadurch, dass das so cool gemacht wird. Achja, stimmt. Ich mach nämlich einfach hier jetzt die Wand hin. Ja. Oh, das mach ich immer wieder. Ja. Machst du eine Sound? Ich hab Angst da hinten zu springen. Nee, du musst... geh mal ganz nach rechts. Ja, genau. Machst du die Wand ganz nach rechts? Hä? Du kommst da nicht ganz rüber. Ja, doch. Ja. Hallo. Oh. Oh. Let's get to the next stage. Hey, wie geht's? Ich hab mich wieder in die alte Nanobot-Riege eingeschleust, die den Schacht neu aufbaut. Die sind winzig klein da rum. Oh, ich weiß, Jerry. Nein, ich mach grad Pause, Kumpel. Pause. Hä? Ah! Halte durch, nur noch fünf. Was, Jerry? Du kannst mich deswegen nicht feuern. Jerry, wenn deine Leute nicht so engstirnig wären, würden sie auch einen Nanobot von meiner Größe akzeptieren. Intolerantes Park. Wir sehen uns vor Gericht wieder. Und du? Halte durch. Noch fünf Kammern. Okay. Noch fünf Kammern, dann hast du das Spiel durchgespielt. Echt? Ähm. Profel. Du kennst doch die alte Formel. Komödie ist Tragödie plus Zeit. Und du hast ewig lange geschlafen. Also ist es sogar ziemlich komisch, wenn du es ausrechst. Hast du da ein bisschen, äh, Block? Ja, hallo? Spring mal runter und nimm den mit. Ähm. Ja, ich will erstmal... Oh, da oben sind Schießer. Da ist noch so'n Ding. Und alter, das ist ja zum Kotzen. Okay, dann spring ich jetzt erstmal zu dem Block. Das wird sowieso nix, aber naja. Ich drück einfach eh dabei, als würdest du den machen. Nein. Egal. So, hier ist noch ein Block. Wo ist denn da? Danke. Oh mein Gott, was geht denn hier ab? Ja, da ist eine Flugüberreizung. Ja. Das ist ja schon mal schön. Da muss ich mal kurz hingehen, um zu gucken, was da ist. Schade. Ah, so muss ich hier den Block mit hinbringen wahrscheinlich. Oder auf dieses Weiße da. Ne, das ist so ne Anleitung. Oder doch nicht? Doch. Oder ich könnte auch da hinschießen. Das ist die Anleitung zu einer Sprungplattform. Ja, ich mach jetzt aber hier, ne? Weißte? Ich weiß ja gar nicht, wohin damit. Ja, spruch immer gucken. Damit ich den Strahler weg habe, so weißt du. Damit ich erstmal überhaupt irgendwas mache. Okay, ich weiß es wieder. Ich muss jetzt auf dem Block strahlen, den du eben gesehen hast, als du... Ich wollte jetzt so machen zum Beispiel. Da rechts. Da rechts ist schon so ein Ding. Wo rechts? Da. Da wo die Anleitung ist. Jetzt halten wir mein Knäckebrot nicht hin. Ach da! Ja! Und so musst du das jetzt immer weitermachen, glaube ich. Ja, aber da komme ich ja nicht hin. Da ist nichts Weißes. Darum geht das nicht! Ne? Jetzt muss doch irgendwas passiert sein. Guck, was ist das da? Das war das eben nämlich auch schon. Genau. Deswegen komme ich da ja gar nicht hin. Das ist ein Trampolin. Jetzt bringen wir das da oben. Oh, ist so blöd da aufzuspringen. Äh... Ach, du könntest. Ich weiß wie. Geh nochmal nach da oben. Mit Belieben. Oder... Nein, warte erstmal. Guck dich mal um. Mach ich doch die ganze Zeit. Nein, auf dem Boden. Hallo. So. Du musst irgendwie von oben runterspringen und dann in das Trampolin da rein. Weißt du, musst du hier aus dem Boden wieder rauskommen und dann da reinspringen. Aber das geht nicht. Auf dem Boden ist nichts. Doch, auf der anderen Seite. Guck, da musst du jetzt... Nein, das geht nicht. Ja. Wie komme ich denn... Da könnte ich zum Beispiel auch wieder hin. Oder da kann ich mir den Kassen schon mal holen. Das ist doch schon mal gut, oder? Das ist schon mal gut. Äh... Das müsste das sein. Das ist...